Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Classics. Wir spielen zusammen Need for Speed Underground 2. Ja, wir sind auf der Suche nach einem Karosserie-Teile-Shop, damit wir unser Auto noch ein bisschen aufbessern können, unseren Fokus. Optisch, damit wir endlich mal ordentlich auf dem Streep, Time, Magazine, DVD-Cover, irgendwie sowas Erfolg haben. Und ich weiß, wo der ist, aber ich weiß nicht, wo er ist. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt bald gefunden, denn da ist das grüne Licht. So, und da ist wieder Geld. Willkommen im Baby-Karosserie-Teile-Shop am Hotel Plaza. Verabschiede dich vom Serienzustand deiner Karre. Mit Karosserie-Anbauteilen machst du etwas Einzigartiges aus ihr. Was nehmen wir denn da? Sniper, Ace, Rohan, Orion. Na, ich finde, das ist zu... Dann nehmen wir den... den Ace. Weil so, das gefällt mir echt auch noch ganz gut. Heckstoß-Stangen. Rohan, Orion. Rohan. Dann nehmen wir Rohan. Seitenschürzen. Da schauen wir wieder Sniper, Ace, Rohan, Orion. Nehmen wir Rohan. Spoiler, gibt es noch keine? Motorhaube. Trident, Formula-Style, Mono-Goose. Twister, Duo-Max. Fusion. Den Mono-Goose nehmen wir. Oh, wie schade. Wir haben nicht genug Geld. Dach-Spoiler. Front-Schein. Serie. Eyelids. Luna. Topaz. Und Hyde. Nehmen wir nochmal die. All die H4 sind eigentlich doch nicht schlecht. Rückleuchten. Crimson. Repair. Sport-Close. Street-Tray. Crimson. Ne, die Crimson. Außenspiegel. Recall. Eco-Reflect. Na, wir haben jetzt eh nicht mehr genügend. Ja. Speichern. Jetzt fahren wir noch ein paar Rennen. Und dann machen wir unser Auto nochmal richtig schick. Yeah. DVD-Cover, Bayviews Best. Auf der Geradenbremse. Tritt auf Geraden, auf der Bremse vor der Kurve. Nach dem Scheitelpunkt steigst du wieder aufs Gas und beschleunigst du aus der Kurve heraus. So, Glückwunsch der Wagen wurde für das Cover der DVD-Bayviews Best. Also fahr zum Stern auf der Minikarte, um den Fotografen zu treffen. Das sind doch jetzt zwei Sterne. Die Jungs von Bayviews Best drehen heute Abend ihren neuen Film. Wenn du gewinnst, bist du bestimmt dabei. Okay. Sind jetzt zwei Sterne auf der Karte. Oder sollten wir nochmal ein paar Rennen machen, um etwas mit dazu zu verdienen. Dass wir uns noch ein bisschen was, dass wir das Auto noch ein bisschen optisch aufhellen können. Uli steht direkt daneben und schalte mein GPS ein. Hi. Hey, und nochmal Gelddremie. Die wollen wir uns erst. So, wenn du mit uns fahren willst, brauchst du dein bestes Material. Ich glaube ja noch nicht mal, dass deine Karre überhaupt bis zur Startlinie kommt. Geschweige denn bis ins Ziel. Überlege es dir nochmal. Ach, das sehe ich nicht so eng. Ach, das ist schon wieder gegenseitig fertig. Entschuldigung. Entschuldigung. Da ist der Spezialteilgeschäft. Da ist der Spezialteilgeschäft. So, nochmal auf die Seite. Dankeschön. Dankeschön. Das war ein kleiner Unfall. Dankeschön. Moment. So, jetzt haben wir das gleich geschafft. So, die letzte, letzte Runde. So, jetzt können wir das noch nicht weitergehen. Was ist das? So, jetzt machen wir jetzt mit dem und nicht geschafft. Scheiße. Okay. Okay. Und somit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Let's Play Classics. Bis dahin, macht's gut und tschüss, bis bald.